Kann ich mit 63 Jahren auch ohne Abschläge in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, natürlich können Sie mit 63 Jahren auch ohne Abschläge in Rente gehen. Die Frührente oder der vorzeitige Renteneintritt ist ein ganz, ganz großes Thema, was seit vielen Jahren die Leute bewegt. Und ich habe manchmal den Eindruck, bei uns in der Rentenkanzlei ist es zumindest so, dass die Leute ganz, ganz schnell in Rente gehen wollen. Manchmal sogar auch wie eine Art Flucht aus dem Arbeitsleben, um ganz schnell aus dem Stress und Druck rauszukommen. Und wir bekommen sehr oft die Anfragen, kann denn das möglich sein, dass ich mit 63 Jahren auch ohne Abschläge in Rente gehe? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch nur mit der Altersrente für besonders lange Jahre ich versicherte, seit dem 1.7.2014 möglich. Ja, ich kann tatsächlich mit der neuen Flexi-Rente, die es seit dem 1.7.2017 gibt, auch ohne Abschläge in Rente gehen. Das geht ganz einfach, indem ich mir von der Deutschen Rentenversicherung für den geplanten Rententermin einfach eine besondere Rentenauskunft anfordere. Dort rechnet mir die Deutsche Rentenversicherung bezogen auf den vorzeitigen Rentenbeginn und der Regelärtersrente den entsprechenden Abschlag aus und auch den entsprechenden Ausgleichsbetrag, den ich dann in die Deutsche Rentenkasse einzahlen muss. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel 10,8% Abschlag habe und 200 Euro weniger Rente bekomme, dann kann ich diesen Betrag oder diesen Abschlag quasi mit einer besonderen Ausgleichsleistung zurückkaufen. Deshalb kann ich immer nur sagen, wer es sich leisten kann und auch will, das Wort heißt kann, nicht muss, kann tatsächlich mit 63 glatt in eine vorzeitige Rente gehen und zwar ohne Abschlag. Die Flexirente macht es möglich und deshalb nutzen das auch viele Leute, unter anderem auch gepaart mit Altersteilzeitregelung oder auch Vorruhestandsregelung. Oftmals bezahlen auch die Arbeitgeber diese Abschlagsvariante über Tarifverträge und so weiter. Näheres zum Thema vorzeitiger Rentenbeginn und Abschläge ausgleichen finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen mit Ihrer vorzeitigen Altersrente eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.